Oh no, was machen die schon wieder? Das waren immer mehr. Der Trevor. Oh, was das? Ist das wie ein Freund macht einen Fehler? Nein, Mann. Nein. Oh, also was ist es nur mir gettetet? Ist das lustig? Nein, Mann. Well, mach dich! Ich werde dich auf den Boden geräuschen, wenn du mich wieder lachst. Mann, mach dich. Ich habe viele Leute in meinem Leben kennengelernt, aber du? Oh, du bist nicht lange für diese Welt, wenn du das so wie du schaffst. Du kleine Jumpt-up, motherfucker! Schau, wie ist das, Mann? Schau mal. Es war lustig, Mann. Ich habe einen Fehler gemacht. Unfortunately, Mann, du schiefst. Es war lustig, okay? Ich entschuldige. Ich accepte... ... deine Entschuldigung. Okay? Okay, also... ...let's hug it out. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah! Right? You're fucking gotcha! Oh! Fuck, no, I'm not funny! Fucking asshole! Oh! Fuck! I... ...I had a... ...difficult... ...childhood. Damn, Mann, you all right? Yep. Just... ...I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would've... ...I would've... ...just fucking... Look, Mann, Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck, Michael! I hope he's dead! Man, I know y'all two, Mann. Come on, Mann. You two had beef before, but what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? My friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yang Shan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped him. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. I guess. Come on, bro! Well, go fuck yourself! You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me, all right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro! What'll do that? You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Uh, nothing. Asshole! Everybody! Assholes! I know, what's going with that? Hey, it's me! What did Trevor say? Man, Michael's being here by a Chinese crew. Because of Trevor! The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's sale just came back online. This will track its signal. It'll work better, the closer you get. Be careful. Sure! So, in the app. I told you! He ain't my gila! Don't try to persuade me, you're not lovers! He's laughing at you, you fucking idiot! You're making a mistake! It costs a lot of money to track you down. I'd record every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you! Kill him! Trevor Phillips isn't coming! Whoa, 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 whoa! Hey, hey! 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 Hey, I ain't even gonna make... Hey, I ain't even gonna make... So, okay, we have a certain time. So, warte mal. Handy raus. Warum heute ist nicht Handy raus? Jetzt halt leer. So, go, 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 such, such, such. So, go, 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 such, such, such. So, go, 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 go. Spiel gefunden. Hier rum. Okay... doin' einmal hier rum. So, man sieht das gut aus, aber hier ist ne Sackgasse da vorne. Licht, irgendwie, man ein Schlachthaus oder Nan nieuwe Z cono. sowas in die Richtung sah das aus irgendwie größeres Lagerhaus irgendwas in die Richtung so warte wir fahren hier mal so rum so aber näher kommt es bis jetzt noch nicht aber eher links so fahren wir hier rum doch sieht gar nicht so schlecht aus so da sind wir einmal hier rum oh warte mal oh ist hier relativ nah irgendwo hier so machen wir halt hier die Karreblatt das dauert ein bisschen zu lang irgendwie so warte stecken wir aus wir gehen nicht irgendwann in die Luft so was haben wir ein bisschen was dickeres Alter wie viel Kugel leitet der aus so warte so komm zeig dich zeig dich zeig dich zeig dich da gibt es doch gar nicht hei 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 der hat mich ganz schön getroffen da kommt noch eine raus so wir müssen aufpassen die gesundheit so war ich ja michael aber zumindest haben wir jetzt keine Zeit mehr hier so hier haben wir erste hilfe so woher so hier ohne zu zielen weggeballert michael ist michael du da oben so komm 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 nochmal raus so Alter wie viel kommen da hier ist ein blöde Deckung bisschen schnell aufräumen Alter wie das das Fluch spritzt hier hier ich da hinter da da hinten so ne waffe da jetzt bin ich hier da da Wir müssen hier herunterkommen! Jetzt kommt der zwei auf die Leer! Er ist zuerst an, dass sie Travers was? Oh Gott! Die kommen jetzt an! Halt hier, Boss! Heißt du, dass die Leer nicht mehr leben ist? Ich hab alle nicht mehr viel Leben. Ich hab alle kleine Deckung! Ich werde über die Körner nachschauen. Kannst du dich nachzudenken? Es gibt keinen Zeitpunkt, um mich runter zu kommen. Durch den Korridor zuerst. Das war nur am Anfang der Steil zu Hause. So, noch ein Medi-Pack oder so. So, noch ein. So, okay. Mal hier zum Michael rüber. So, der ist einmal down, der ist einmal down. Und noch einer. So, wieder in eine Maschine rein. So, hier hinten. Alter, der hat so einen Farbwandschutz hier. Die gibt es ja gar nicht. Oh, Rocher dabei ist. Der sieht doch ein bisschen cool aus. Wir gehen. Ich will nur wieder nach Hause kommen. Ich werde dich hier kommen. So, und los geht's. Alter, der ist ja nur Kokett. Ein bisschen hochgepinkt, glaube ich. Oh, Pilzwasser. Geht's doch gar nicht. Hey, Trevor Phillips ist der Typ, der du willst. So, komm, mach dir mal ein bisschen kalt hier. Jetzt erschießen hier meine Karre. Oh. So. Einmal hier durchgewieselt. So. So. sobald so einige schon mal auslersten Kunde. So sind besser geworden. Super los. Es ist dann besser geworden, attraktiv. Mach zu los, du brännst! Sag mir noch auf eine Minute. Sch novell... Ich muss diese Party anhaben. Ready nach der Tagesordnung? So, aber das klappt gar nicht. So, wir müssen hier rechts rum. Okay. So, oh, Alter, die haben die orangenen Karre genommen. Ich glaube sogar die langsamere. So, jetzt sind sie, glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Oder auch doch nicht. Wow. Irgendwas ist explodiert. Ah, ich glaube die Karre von denen. Okay, dann, ich sehe dich. Ich zeige dir. Hey, sicher, dass du nicht in die Tür gekommen willst? Was, dein großartig, leckeres Haus? Daug, ich bin schon genug depressiv. Okay, aber hör, danke. Look, Mann, bevor du gehst, was da passiert? Ich habe gesagt, Trevor ging verrückt, versucht mich zu töten, habe ich durch die Chinesische. Mann, bevor all das, ich spreche über die Fades. Trevor, dieser Mann, Brad, Mann. Ich weiß, was du sagst. Was? Look, ich habe eine Begründung. Ich weiß, ob es das richtig ist. Ich habe das, was ich dachte, ich muss tun. Ich hatte eine junge Familie, Franklin. Ich war mit einer Crew von verrückten Mannschaften mit nichts zu verlieren. Ich habe es herausgefunden. Ein Zukunft für mich, für meine Familie. Ich habe es. Du hast es? Mann, du verbringst alle Mannschaften, du kennst. Es war das oder sterben. Look, ich weiß, es klingt schäuert. Ich habe es noch nicht zu verstehen, aber du wirst. Wenn du deine eigenen Begründung hast. Look, du wirst einen Tag ein Tag, und deine Begründung, sie einfach geben. Du einfach nicht mehr zu rennen. Okay, Mann, look. Du wirst deine Begründung, okay? Wenn Trevor herauskommt, dass du noch alive bist, ich weiß, was er zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. Ich habe es nicht mehr zu tun. Hey, du wirst deine Begründung, du hörst? Ich habe es nicht mehr zu tun. Mann, das ist nicht ich, er kommt. Wir sind straight. Das ist du, Mann. Das ist du. Ich habe es nur gesagt. Ich habe es nicht mehr zu tun.